Test 3 – Abdeckung Wir zeigen Ihnen, wie die Abdeckung der Subtech Pro mithilfe des SmartKey abgenommen und wieder angebracht wird. Setzen Sie den SmartKey oben an der Abdeckung an. Ziehen Sie den SmartKey zu sich, bis Sie ein Klicken vernehmen. Kanten Sie die Abdeckung ab, wie hier gezeigt wird. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Dann sichern Sie zuerst den unteren Teil der Abdeckung. Danach sichern Sie Ihren oberen Teil. So wird die Abdeckung der Subtech Pro abgenommen und wieder angebracht. Wenn Sie die Abdeckung auf einer Säule abnehmen müssen, verwenden Sie die lange Ausführung des SmartKey. Ziehen Sie den SmartKey zu sich, bis Sie ein Klicken vernehmen. Kanten Sie die Abdeckung ab, wie hier gezeigt wird. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Sichern Sie zuerst den unteren Teil der Abdeckung. Danach sichern Sie den oberen Teil. So wird die Abdeckung der Subtech Pro auf einer Säule abgenommen und wieder angebracht.